Ich bin Rolf Recher und arbeite seit etwas über fünf Jahren bei der Triumph Aglet hier im Bratel. Was mir bei Triumph Aglet besonders gefällt, sind die kurzen Entscheidungswege und die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten. Mit Tom, Total Output Management, haben wir ein Verkaufsinstrument, um optimal auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das schätzen unsere Kunden sehr, weil sie merken, dass wir an einer besten Lösung für sie interessiert sind. Wichtig ist, dass man neugierig bleibt und Freude hat an technischen Entwicklungen von Triumph Aglet und natürlich auch, neue Menschen kennenzulernen. Für mich war es immer wichtig, dass ich selbstständig arbeiten kann und bei Triumph Aglet habe ich die Möglichkeit, meine Arbeiten so zu gestalten, dass sie hundertprozentig für mich stimmt.